Ich habe heute meinen Job gekündigt. Wie bitte? Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angegrapscht. Da habe ich ihm eine geknallt. Und jetzt? Irgendwie tut er mir leid. Kann es sein, dass Sie jetzt irgendwas nicht mitbekommen haben? Seine Frau ist ihm vor drei Wochen wegen einem anderen durchgebrannt. Er sitzt da allein zu Hause mit seinen zwei Kindern. Sein Laden geht den Bach runter und... ...wie jemand anders. Ich habe einen ganz gewöhnlichen Vornamen. Sylvie. Aber alle vergessen ihn immer. Sylvie. Zeigen Sie mal Sylvie. Sylvie. Nur so, Sylvie. Sylvie. Nochmal. Sylvie. 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 Ich meine, das muss man sich doch merken können, oder? Sylvie, das ist verdammt doch mal nicht schwer zu merken. Scheiße. Außerdem gebe ich mir Mühe. Immer wieder. Ich enthaare mich mit Wachs. Die Axt. Die Augenbrauen. Die Haare auf den Brüsten. Ich meine, hallo. Bitte schön. Das muss man erst einmal machen. Einmal machen. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020